Hallianno Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu The Last of Us Jaja, das weiß ich bitte schon Oh Monotov Monotov, setzte Monotovs cocktail ein Um viele Gegner auf einmal zu erledigen Ein brennender Gegner kann sogar anderen zünden mit L Das haben wir doch schon mal gelesen alles, ne? Oh, da hat auch Wasser dabei Möchte ich das auch noch Nimm den mal wieder Nein, nein, nein Nein! Ich hab mich gerade nicht verdrückt Ich hab mich nicht verdrückt Hört auf sowas Ach Scheiß Shizzle Shizzle manizzle Das war echt nicht beabsichtigt gerade Fuck Kann ich einen neuen herstellen vielleicht? Ah Ich muss erstmal wieder auf die Steuerung Select, genau Ähm Ah, The Fucked Fireflies Anhänger Monotov cocktail Kann ich sogar herstellen Stellen wir mal eben einmal einen her Das war dumm gerade Okay Okay Monotov cocktail kostet aber genauso viel wie so ein Medi-Kit Habe ich überhaupt noch ein Medi-Kit? Ich hab zur Not aber noch ein Medi-Kit Das ist okay Schon mal ganz gut Okay Okay Dann würde ich sagen Begeben wir uns jetzt doch Richtung Oh, wie wir jetzt lang müssen Darum ist noch ein Firefly Wow Wow Ah, okay Vergrößern Lesen Kräfte an Zeitenfeier auf dem Team bei Rathaus Mädchen sind 14 Jahre alt Rothaarig Aus der Quarantänezone Siehst du Nicht unsere Leute Okay Okay Alles klar Die Frage die sich natürlich jetzt mir noch stellt ist Wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen ja irgendwo jetzt hier Ich glaube von hier kamen wir oder? Kamen wir von da oder kamen wir von... Ich glaube wir müssen jetzt hier weiter oder? Mal gucken ist hier jemand Und... Nicht wirklich Wow Okay Clicker Ich wollte grad gucken Das war wirklich so asynchron Clicker können dich auch hören wenn du dich duckst Leicht drücken um dich leise zu bewegen Wenn du man dich hört halte an und warte bis du dich sich bewegen kannst Oh Gott okay aufpassen Also aber sie können einfach durch rennen Und umbringen Oh Gott der hat Waffen... der hat Munition dabei gehabt Pass bloß ein bisschen auf jetzt Durch das Fenster Durch das Fenster Los Oh Gott oh Gott oh Gott Ich muss mich grad so ein bisschen konzentrieren Ficken wir ihn mal eben auch weg Und noch ein Messer Und noch ein Messer Und noch ein Messer Okay jetzt ein bisschen aufpassen wieder Wir müssen glaube ich einfach hier durch oder? Überblick verschaffen So ein Fick... Okay wir sind hier Da steht auch einer Da steht auch einer Hier lang Wir haben es fast geschafft Na los Mist Äh... Ah Ich mach ja keinen Ton Ich mach ja keinen Ton Die Frage ist ist das ein Klicker Oder ist das ein von diesen Runner Na... Ich glaube der sieht uns aber auch nicht Warte Zeit... Ah okay ich muss erst ihn wegficken Ja lauf am besten noch in ihn rein Mann Scheiße Okay Das war nicht wie geplant Frage ist natürlich jetzt wie bringe ich ihn um Ich kann ihn höchstwahrscheinlich einfach weglocken Ich kann ihn höchstwahrscheinlich einfach weglocken Geh mal da hin Reicht es jetzt? Ist er jetzt weit genug weg? Er kommt aber wieder zurück Das ist aber glaube ich weg Ich wollte gerade sagen das ist... das muss auch jetzt gehen oder nicht? Ja Hoch schnell Geht hoch geht hoch geht hoch geht hoch geht hoch Mann geh hoch Fick doch die Wand an Hoch Tret die Leiter um Okay Ist klar weg hier Wo sind sie denn? Da unten runter okay So ich denke mal jetzt sind wir hier erstmal sicher oder? Wow Die Lampe wieder ausmachen Batterien sparen Falls es sowas hier gibt Denk mal eher nicht oder? Denk mal eher nicht So Wo müssen wir hin? Schnucki Wohin müssen wir Tess? Zum Rathaus gehts da lang Wenn du dort saßt Da sind bestimmt gleich 30 Trilliarden Bei diesen Viechern oder? Mal sehen ob wir was finden Oh Gott Wie viele sind hier drinnen? Drei Stück Ich bin das ist die monotov cocktail Ich bin auch nicht mal Auch in den anderen noch rein ich wollte beide treffen Sind das nur die drei sind die noch mehr Ja Vier 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 Geh drauf man Okay 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 Wir sind neu infiziert Gerade erst verwandelt Das heißt dass hier noch mehr davon sind Wir müssen weg Ja Frage ist nur wohin Was ist denn hier schönes drinnen? Uh nice Ähm Kommen wir jetzt hier nach Oder? Kamen wir nicht gerade von hier? Wir müssen also irgendwie über den Truck darüber Also über das da Und hier ist etwas offen Wo Leute waren Wo Leute waren Was umgebracht hätten Ist hier eine Leiter oder sowas drinnen? Ah 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 Uh warte mal Was ist das denn da? Ah was ist das? Munition 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 können wir gebrauchen So Gucken wir mal Ja lässt sich schieben Das ist das Engine mein Damen und Herren Das ist Wahre Physik Hoch da Erstmal gucken Woher sind hier? Sind hier bestimmt Spastorinos Wollt ihr kommen oder habt ihr? Okay Ihr wollt Okay alles klar sehr gut Sehr sehr gut Ich hatte nämlich schon daran gezweifelt Dass ihr hiermit rüberkommen Wollt bzw. möchtet Ich muss anscheinend diese Kette da berühren Ja ok Naja ist ja ok Ist ja ok Ist ja ok Halten Und halten Go 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 Oh wie lange denn noch? Was? Ich höre nicht Ok Beeilung Oh scheiße Sie kommen Ich weiß Ok Bis gut Bis gut Los ok Durch 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 Ah Oh Gott Fickt doch die Wand an Du hast ja was am Schuh Wir gehen durchs Gebäude Finde ich auch ein bisschen etlich tatsächlich So Ist keine Sau Ist keine Sau L3 Oh was ist das denn? Dann an die Arbeit Ah ok Verstehe Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte wenn man sich an die Regeln hält Ja Ich schlich weg Wie bitte? Es ist doch komplett abgesperrt Wie bist du da reingekommen? Keine Wege Naja Dieser Was ihr Runner nennt Bis zu Und So kam das Verstehe War mal hin bei dir? Ist das passiert jetzt? Nein Ich bin danach zu ihr gegangen Ich staune Weil sie sie nicht erschossen hat Hätte sie fast Ok Bestimmt gut Habe ich mich aber auch wenn man sie nicht erschossen hat Wahrscheinlich hat sie gebettelt Hier ist auch keine Sau Kann ich hier durchgucken? Ja ok Ich wollte gucken ob man Wieso habe ich eigentlich den Revolver Was ist das denn? Hä Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso Verstehe Achso Durch das Schütteln von dem Controller kann ich das nachladen Ok 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 Was ist denn hier? Es scheint aber auch niemand zu sein Hier die Vasa beschmeißen Ich habe sie doch gerade Ich habe sie doch gerade Ich habe sie vorgemacht Was? Was? Ach wir müssen da wahrscheinlich gleich hoch Ich möchte mich dasselbe hier vorne mal umgucken Wenn nicht irgendwas ist Was wir gebrauchen können Da oben nämlich ist ja schon wieder Wir werden gleich gefickt mäßig aus Ich habe nichts übersehen Oh ist die Tür Ok Oh hier ist tatsächlich sogar noch was Siehste Siehste Oh alles mitnehmen Alles mitnehmen Was wir mitnehmen können Hier ist nichts Ok Und jetzt sind wir wieder hier Gut Meine lieben Freunde Sollte ich aber sagen War es das auf jeden Fall für diesen Part Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt Let's Play Verlass doch was Ähm Haut rein Bis dahin Tschö tschö